Äh, suchen wir Freiwillige, ein Paar. Äh, äh, Potter, Weasley, habt ihr Lust? Weasleys Zauberstab richtet schon Verwüstungen an, wenn man ihn nur ansieht. Wie bringen wir Potter dann zum Krankenflügel in der Papiertüte? Dürfte ich vielleicht jemanden aus meinem Haus vorschlagen? Malfoy, zum Beispiel. Viel Glück, Potter. Danke, Sir. Zauberstäbe bereit. Angst, Potter? Träum weiter. Wenn ich bis drei gezählt habe, sprecht euren Zauber, um euer Gegenüber zu entwaffnen, entwaffnen. Und nicht mehr. Wir wollen hier keine Unfälle. Und eins. Zwei. Wärts ist Tag nun. Wärts ist Tag nun! Ja! Nicht bewegen, Potter. Ich entferne sie für dich. Erlauben Sie, Professor Snape. Volate ascendere! Was ist Tag nun? Ja! 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 Vipara Ivanesca.